Es ist ein Networking-Event, eine Zusammenkunft aus medienschaffenden, medieninvolvierten. Ich finde es besonders sympathisch und für das Netzwerk sehr gut, dass es nicht so wahnsinnig groß ist, sondern dass man tatsächlich mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen kann. Dass wir zukünftig hier mit so einer Messe echt ganz vorne sind in Deutschland, ist echt schön. Man kommt nach Hause, trifft sich mit bekannten Freunden, mit der Community und man betreibt Brainstorming, kreiert neue Ideen, diskutiert wirklich mal in Ruhr. Die Messe ist gewachsen, noch interessanter geworden. Trotzdem ist es nach wie vor eine schöne, übersichtliche Messe. Man hat gute Gespräche gehabt. Es macht einfach Spaß, hier zu sein. Und das merkt man auch an den Vorträgen hier oder an den Panel, dass es immer um die Zukunft geht. Es ist ein Klassentreffen von Medienschaffenden, die sich über die Zukunft der Branche austauschen.